Das ist der jetzt, oh mein Gott. Gott sei Dank hier hinten. Oh, Alter. Oha. Alter, ein Krater bildet sich. Däger, scheiße, haben wir jetzt Glück. Stell dir mal vor, die Größe hier mittendrin. Aua. Das wäre alles am Arsch gewesen. Glück gehabt. Jetzt bräuchten wir halt Fahrradwege. Wie viel Geld wir haben. Ja. Ja, stimmt. Das heißt, wir zahlen jetzt als erstes die Kredite ab. Ja. Für 80k. So. Und jetzt werden wir uns um die Schutzbunker kümmern. Ja, auf jeden Fall. Fahrradwege, gibt es das so? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, klar. Okay. Da hinten natürlich auch. So, nicht genug Geld. 21k. Gut, aber jetzt haben wir mal ein paar. Ja. Okay. Okay, wir brauchen Fluchtwege. Dann würde ich da nur Industriegebiet machen, oder? Genau, also der fährt jetzt hier ab und holt hier die Leute. Genau, dann am besten. Ja, da einmal noch. Da und hier. Genau. So, dann haben wir den Kollegen. Wie fährt das Stückchen hier ab? Mhm, die Walnut Heiz. Nee, die sind hier rechts. Achso. Achso, nee, Walnut Heiz. Stimmt. Ich hab die Walnut Schrägen gedacht. Oh nein, die Tanke brennt am Kreisverkehr. Oh, fuck. Ich hab die Linie abschließen. Genau, jetzt noch einen hier unten. Dann fährt er hier unten rum. Dann noch rechts ein in der Schräge und oben ein in der Schräge. Na, was ist denn? Zack. Fährt hier rein. Mhm. Fährt hier oben rein. Du musst hier schon einmal reinfahren. Mhm. So. Und dann da oben noch. Ich hoffe, dass wir die Dinger niemals brauchen. Mhm, hoffentlich. So. Guck mal, jetzt ist alles abgedeckt. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Ja, das kann passieren. Wir haben es gerade erlebt. Alter Schwede. Kranke Krater. Ja, guck mal. Das ist schon tief. Das sind ja gut 100 Meter. Mhm. Vor allem das Aufschütten wird ja Affen teuer. Pass mal auf. Oh. Ist das was, was kostet? Oh, Alter. Mach das nicht. Oh, weiß geht sogar. Na ja, das ist aber schon kostenintensiv. So. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so kraterig aus. Oha. So, dann ist das auch weg hier. Mhm. So, dann ist die Stadt wieder in Ordnung. Ui. Scheiße. Scheiße, die Wand an. Ja, der brennt jetzt der ganze Wald. Was kann man eigentlich ausmachen mit dem Heli? Da. Hier, die Lösche. Die löschen überall, oder? Ist egal, wo man die setzt. Ja, die fliegen halt dahin. 55.000 hat es gekostet. Oh, Alter. Und schon gehen sie los. Oh, oh. Oh, da brennt der ganze Wald. Scheiße, da brennt der ganze Wald weg rechts. Ja, die werden das jetzt löschen. Hoffen wir es. Beeinten sie sich. So, aber wir sind zufrieden mit der Stadt, würde ich sagen. Ja, es läuft gut. Es läuft richtig gut. Mhm. Die Musik, Alter. Ich geh nicht mit dem Geld. Oh, scheiße. Müssen wir halt kurz warten. Ja. Dann, dann, dann. Ey, die haben es hingekriegt. Sehr gut. Sieht jetzt minimal... Ist jetzt minimal verbrannt. Gleich, wenn man ins Taxi ist, dann sieht das richtig schön aus. Ja, wie wenig Autos hier fahren. Mhm, geil. Lohnt sich tatsächlich mit diesem... Mit diesem Fahrradrichtlinie da. Ja. Huch. Achso, das kann ja zu den Molnert Heids dazuzählen eigentlich. Ja, wieso nicht? So. Bike not. Okay, dann fahren die da nämlich auch Fahrrad. Ja. Können sie ja. Ist ja nichts vergängliches in der... Oh mein Gott. Fußgängerzone. Alter. Na ja, das dauert jetzt zwar ein bisschen, bis die wieder grünen werden, aber... Das sieht jetzt aus wie bei Seven Days to Die. So ein stinknormaler Wald. Stimmt. Ja. So völlig kaputt alles. Na ja, brauchen Gewerbe und ein bisschen Industrie sogar. Genau, einfach erweitern nach unten. Falls es brennt, dass die Heids ganz schnell da sind. Sollte eine Weile reichen. Ja. Ist ja fast verdoppelt. Hm, Water kriegen sie natürlich auch. Klar, wir sind nämlich die besten Bürgermeister in der Stadt. Immer noch nicht. Aber wann können wir denn? Mein Gott. Das nächste. Da kriegen wir noch ein neues Gebiet. Sehr gut. Bei 8K. Dann brauchen wir das da unten. Oh, dann kommt Campus. Oh. Und Steuerrichtlinien. Oh, und Sportarenen gibt es dann auch schon ein paar dazu. Neue Dienstleistungen. Okay. Ah, das gehört zum Campus-Ding dazu. Ja. Okay, alles klar. Boah, hier wohnen ist ja auch scheiße. Ihh, ja. Eklig. Oh, geil, die Briefkästen, Alter. Fett. Ja, da kannst du gucken. Jedes Haus im Spiel hat einen Briefkasten gefüllt. Das ist schon cool. Geil. Vor allem, wenn die Postler arbeiten, die rennen auch da ran. Echt? Ja. Geil. Apropos Post. Stimmt, das wollten wir doch eigentlich machen. Ach, das ist Taxi. Wo war Post? Jedes Spiel im Haus. Ja, genau. Halt die Schnauze. So. Post. Postgebäude. Sechstausend, Alter. Ah, das machen die jetzt schon selber. Da muss man jetzt keine Linie machen. Ja, sehr gut. So lobe ich mir das. Und dann können wir noch Paket. Postsortieranlage. Kommt bei 8K. Machen wir direkt dann auch, oder? Guck, die haben jetzt hier von 100.000 Briefen, haben die... 2000 unsortierte. Da haben die 38.000 sortiert. Mhm. Postlastwagen in Verwendung, null. Posttransporter, also 10 Zustellfahrzeuge haben wir. Ich glaube, da fährt sogar eins. Nee. Lieferwagen. Da. Posttransporter. Liefer Post aus. Und den mal ein bisschen... Verfolgen. Boah, die Straßenbahn. Oh mein Gott. Geil. Alter, wird das benutzt. Ich will es mal... Warte mal, wir warten mal auf eine Straßenbahn. Ja, ich will gerade sagen, lass mal auf eine Straßenbahn warten. Wir sehen, wie da alle einsteigen. Hier, die Postautos. Der hat geparkt, sehr gut. Wann kommt denn da mal eine Straßenbahn? Polizei. Alles klar. Lillhanti, Hallöchen. Ja gut, und selber. Oh, da kommt eine, da kommt eine. Oh, 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 Straßenbahn. Und jetzt rein mit euch. Boah. Geil. Guck mal, jetzt die Leute, wie sie überall hinlatschen. Krass, wie viel da stehen. Alter. Da steht ja, das ist ja erst ein Viertel weg. Mhm. Wie viel sind da jetzt... Oh, die ist voll. Kann man die auch... Können wir mal gucken auf der Linienübersicht. Kann man die upgraden? Die Züge? Nee, nee, nee. Wir können aber das Fahrzeug ändern. Doch, stimmt. Garz sieht 90. 114. 140. Ja, mach mal. Ich glaube, wir brauchen mehr Kapazitäten, ja. 182 hat die in der Schräge. Wie lange zockt die noch? Dann zockt die noch einen ganzen Tag gefühlt. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Also, ui. Aber halt nicht nur das, sondern wir spielen dann auch mal Crime Boss zwischendrein. Ich denke, wir machen nach der nächsten Folge mal eine Pause, glaube ich. Oh, du kennst das, wenn man sich einfach nicht lang genug strecken kann. Ich kenn das, ja. Also, nicht doll genug strecken kann. So. Ey, das Geld, Dominik. Oh, geil. 90.000. Oh, komm mal jetzt hier. Dankeschön. Danke fürs Folgen. Hä? Oh, was? Achso, hab ich ja reingemacht. Einfach, dass wir das jetzt haben. Ah, hast du reingemacht. Guter Mann. Ja, dass das wenigstens da ist. Guter Mann. Das habe ich noch nicht reingemacht, aber das auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Boah, da kam gerade sogar was hoch. Das sind die Leute folgen, dass man das sieht. Das war bestimmt richtig ekelhaftes Geräusch. Im Mikro tut mir voll leid. Mir kam gerade voll die Kotze in den Mund. Ich hab gleich wieder... Wie, Alter? Ja, ja, ich weiß nicht, warum das jetzt... Kam war schon... Boah, zu lang gestreckt, Alter. Soll ich dich mal anatmen? Nee, 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 bitte nicht. Das gibt Kotzgeruch. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, sonst kotze ich noch. Simlock. Äh, eigentlich dürften... Simlock. Weiß ich nicht. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Mega. Ey, ich freue mich so hart auf den zweiten Teil. Ich bin so gespannt. Der wird auch direkt... Wenn der raus ist, wird es direkt gespielt. Und wenn das Spiel 60 Euro kostet, das ändert nichts. Das Spiel... Gut, ich meine... Selbst dafür hätte ich 60 Euro bezahlt. Die wollten aber nicht 60. Tja. Ich glaube, die wollten am Anfang nur 40. Simlock? Was ist Simlock genau? Das ist das Handy nur mit der Sim-Karte von dem Vertrags... Ah, okay. Dass die nicht mit einer anderen Sim-Karte drücken zu nehmen. Ja, das wäre beim Verkaufen ein bisschen doof. Das stimmt, ja. Gewerbe, Gewerbe. Hat nicht genug Mitarbeiter. Alter, oben sind sie... Achso, ne, da ist ja den Mülldenker hingeknallt. Deswegen wohnt da keiner. Und das Stückchen Wohngebiet war. So, guck. Sollen sie da unten auch einziehen? Können die da arbeiten, die Wichser? Die... Die ungeböselten Idioten. Oh, Oberschule geht uns flirten. Ui. Ja, wir brauchen Capacity. 24.000. Auah. Ja gut, die große Kursche 58 machen wir mal. Uff. Scheißen wir uns jetzt mal nicht ein. Bisschen mehr als das Doppelte. Oh, der hat kein Strom da unten. Oh, die haben wir noch keiner. Geht uns ändert schon wieder der Strom aus, oder wat? Machen wir hier oben auch eine Grundschule hin, der große. Alter, Schwede. Oh, wir können jetzt aber Öl, guck, weil das macht 40 Watt und das macht 120 Megawatt. Also, gib ihm. Und, let's. Wasser haben wir auch keins mehr, ach du Scheiße. Mach mich nicht schwach. Uuh. Ui. Das ist doch schön. Wasser haben wir auch keins mehr, warum? Achso, die sind nicht connectet da unten. Da links. Achso, na ja, natürlich. Ich dachte gerade schon, wir hätten kein Wasser mehr. Na. So, jetzt ziehen wir mal die Straße hier fertig. Mhm. Ging gar nicht, weil wir kein Geld hatten vorher. So. Geil, sehr gut. Was für ausgehende Verbindung benötigt. Ja, hier. Das gehört halt zu unserer Stadt. Na ja, dann sollen sie halt. Mein Gott. Warum bauen wir nicht hier weiter wie Tacke? Stimmt, da können wir ja auch. Alter, geil. Mach das. Für 25k. Ja, ja. Komm. Digga, guck mal auf unser Geld. Ich würde hier noch mehr bauen wollen, gerne, als nur ein... Das ist ein bisschen knapp, ne? Ein Autobahnkreuz. So. Das machen wir aber direkt. Geil. 8000. Hallo? Achso, hier. Ausrufezeichen. So, warte mal. Und jetzt machen wir kurz hier. Die Postsortieranlage. Alter, ist die groß. Na ja, guck mal. Oh, geil. Bam. Und da kommen jetzt die Postlastwägen. Und die bringen die Post zum Postamt. Mhm. Und von da tragen sie es dann aus. Und von da können dann die Posts... Was gibt es noch bei der Post, so viele Sachen? Das war's. Das war's, nur die zwei? Ja. Okay, schade. Ah, ja, gut. Aber reicht auch. Fischindustrie. Ach, Lachsadellenmuscheln haben wir hier. Aber... Und da reicht's einen Haufen Thunfisch. Na gut, in dem Kackesee? Ja, ist ja nicht mehr. Ja, gut. Ist ja bald nicht mehr. Ja, es wäscht sich raus so ein bisschen, ja? Wäscht sich raus. Ja, genau so. Wo auch immer die Strömung herkommt. Wahrscheinlich hier aus dem... Wahrscheinlich irgendwie unter oder so. Ja, aus der Quelle hier. Ja. Weil es geht da drüben wahrscheinlich irgendwie runter und dann unterm Land durch oder so. Ach, hier? Ja, ja. Klar. Ein Kornkreis. Geil. So. Oha, Wohngebiet. Ach du Scheiße. Das ist der Punkt. Schnell bauen. Achso, stopp mal. Was denn? Wir müssen ja drüber. Ja. Richtig. Die gerade ausspuren müssen, drüber. Nach oben. Mit der Straße. Nach oben ist das, Adios. Nach oben. Zack. Was ist denn diese schräge Scheiße jetzt hier? Das ist schon echt merkwürdig. So. Jetzt ein bisschen hinschieben. Klar, dass wir da ein bisschen zusammenlegen. Ja. Sehr gut. Da auch ein bisschen... Uh, nicht ganz so heftig. Na doch. Muss ja alles wieder parallel. Mhm. Die Kurve ist zu groß. Jetzt nicht mehr. So. Gut. Sehr gut. Okay. Neues Gebiet verfügbar. Oh. Büro. Das kommt dann in dem Fall hier rüber. Büro. Ja, und dicht besiedelt. Oh. Oh, geil. Ja, das wird ja ein Spaß. Mit Verkehr und so. Ja, deswegen bauen wir jetzt die Straßen direkt so. Dass das kein Spaß wird. Ja. Ach, jetzt gib mir doch diese Verbindung. Was für Ort ist bereits belegt. Ja, weil da halt eine Brücke ist. Fotze, Alter. Selber. Man. Ja. 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 sieht gut aus. Ja. 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 Auch wenn die Dinger jetzt ein bisschen komisch stehen. Aber. Dinger. Die, 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 die Straßenschilder. Geil. Ja. 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 Perfekt. Oh, der Krater wieder zuwächst mit Gras und so. Badum, 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 badum. Oh, das kostet richtig Knatter, ey. Alter, Aua. Ja. So, guck mal. Das ist doch immer so eine kleine Einbuchtung. Ja, das siehste fast nicht. Hat sich die Erde abgesenkt, egal. Ja. Passiert. Geil. Oh, wir haben 160.000, Alter. Ja, und was haben die hier für ein Problem? Zu hohe Steuern. Aber wer? Wollte ich gucken. Warum schlucken die 13% nicht? Jetzt gehen wir mal, machen wir was Tolles. Wir gehen nämlich an die Börse. Oh, geil. Du weißt ja noch. Oh, ja, richtig. So können wir nämlich schnell Geld machen. Oh, ja, richtig. Die, die, die Aktien-Explosion. Lass die auch hier unten machen. Komm, das mach mal. Mach mal hier unten, ja. Hast du völlig recht. Hab ich Bock drauf. Weil wenn da auch das Büro ist, macht die Börse. Aber wir werden cool. Wir werden cool. Wir werden richtig cool jetzt. Wir werden cool. U-Bahn. U-Bahn, auch freigeschaltet jetzt. U-Bahn. So, wir nehmen jetzt nämlich die sechsspurige. Die sechsspurige Straße mit Straßenbahngleisen. Und jetzt guckt das an. Geil. Und Fahrradwegen. Geil. Leckt mich am Sack. Ganz klar. Da machen wir nur die Hauptstraßen so. Weil die sind ja Sackdeuer. Mit grünen Fahrradwegen. Mit grünen Streifen. Geil. Ja, da kostet eine Pazelle kosch 80. Guck mal hier. Wenn du so eine Straße ziehst, aua. Deswegen nur die Hauptstraßen so. Nur die Hauptstraßen. Und da wieder. Ja, connecten. Genau. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ja, okay. Jetzt da so schön in die Kurve re... Oh mein Gott, Digga. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gezogen. Die eine. Ja, genau. Oh. Wer war jetzt gerade noch skeptisch hier? Alter, wie schön. Alter, wie schön. Ist das eine krasse Kurve da, Alter. Oh mein Gott. Huch, da fehlt ein Stück Straße. Jetzt, so. Geil, Alter. Das sieht richtig heimisch aus. Ey, guck das an. Das ist voll geil jetzt. Das meint ich. Darf der rechte nicht zocken? Nee. Nee, der rechte, der rechte ist zum Labern da. Genau. Nee, wir können, also du kannst Tastatur nehmen, wenn du willst. Jetzt mach Tastatur, mach W.A.S.D., ich muss hier rüber, komm. W.A.S.D.? Give it to me. Wir machen jetzt nämlich folgendes. Wir gehen jetzt nämlich, pass auf. Muss ich mir jetzt sagen, wo du hin willst, weiß ich. Da nehmen wir jetzt keine Straßenbahn. Weil, ja, Gedanken kann ich nicht lesen. Hier? Ja. Eine Straßenbahn fährt ja nur hier innerhalb lang. Innerhalb? Ja, das ist ja. Ja, eben. Ich sag ja, das macht ja absolut keinen Sinn. Macht ja absolut keinen Sinn. Weil ich kann deine Gedanken nicht lesen. Hä, warum nicht? Hä, warum nicht? Ich bin halt kein Mindreader, tut mir leid. Kein was? Kein Mindreader. Mindreader. Mann, ich baue jetzt kein Campusgelände. Das ist ja auch gerade eine krasse Straße gewesen mit der Insel da drin. Dann lass hier aber auch auf jeden Fall diese Fahrradrichtlinie machen. Voll. Weil wenn du dicht besiedelt machst und nur Auto, das es explodiert. Ja, Fahrradrichtlinie und dann natürlich Dings. Hier überall die Straßenbahnen. Ja. Das ganze Ding schön am Laufen halten. Boah, ist das ein schönes Gebiet hier unten. Ja, also die Kurve ist schon echt satisfied, Alter. Geil. Und währenddessen steigt unser Geld als Fuck. Oha, 230.000 Mann, das ist gut. So. Und von da aus gehen wir jetzt wieder mit denen. Sechs spurigen Straßenbahn und Fahrrad. Dann brauchen wir hier unten aber noch ein zweites Straßenbahn-Depot, oder? Na lo, die kriegen ein eigenes. Was aber, und jetzt halte ich fest, mit dem anderen drüben verbunden wird. Oh, echt? Na klar. Geil. Die müssen ja auch irgendwo da rüber kommen, wenn sie wollen. Stimmt. Boah, ist das teuer, Alter. Ja gut, aber guck mal aufs Geld. Ja, aber die Straßen sind trotzdem heftig. Ja, ich scheiß mir da jetzt aber nicht ein, gerade. Jetzt wird es schön um die... Oh, kann man auch so geil bauen. Ey, guck das. Oh, das sieht so schön aus. Alter, geil. Na, guck mal. Oh, ey, was ist das geil. Die leuchtet. Ja, richtig geil beleuchtet, Mann. Und jetzt machen wir da eine komplette Schnörkeldings rein. Geil. Straßenmeisterei. Ja, für Schnee. Ah, gut, haben wir ja nicht. Haben wir nicht. Schnee. Breiten Bürgersteigen und Bäumen. Wie kommt denn das hier? Wie sieht das aus? Ich glaube, das ist besser. Oh, das ist belegt. Fuck. Oh, Mann. Alter, die Straße sieht aber auch echt hässlich aus. Ja, irgendwas ist hier... Schief gelaufen. Wir lassen uns. Okay. Dann lassen wir es. Können wir hier drüben machen. Können wir hier drüben machen. Geil. Aber dann machen wir das... Hm. Ich kann in beide Richtungen. Geil. Ey, guck das an. Das sieht nice aus. Ein richtig schönes, plattes Wohngebiet. Ja. Jetzt kriegen sie noch die ganzen Connections. Boah, Alter, fast 300.000, Alter. Geil. Richtig da. Neues Gebäude. Großes Polizeihot-Plattier. Geil.